Was ist das schön mit so einem Glas Sekt in einem schönen Badewasser mit Blubber? Welcher Glas Sekt? Du bist in einem Hexenbad. Mit Blubber. Oh, stimmt, das ging ja weg. Blubber. Schön bei 50 Grad, langsam gar kochen. Moment, Max, wenn du sagst, du hast den Namen nicht geschrieben, dann war es eben nicht zusammen, sondern du. Damit hast du eigentlich das, was schon eingestanden, dass du das gemacht hast. Ach, what? Was ist das denn hier? Frechheit. Ach, das ist wie bei Portal, oder? Das ist wie bei Portal, ja. Obst, ich bin tot. Warum ist wenigstens immer eine Rauchen? Da muss man zwei Stunden ohne auskommen. Nein, ich bin schon wieder da. Schon wieder? Du bist hier fünf Minuten in der AFK. Können wir jetzt hier endlich mal weiter machen? Also, komm. Ne, wir haben das Rätsel gelöst. Wir haben nur noch einen von den komischen Steinchen da in der Mitte, der fehlt noch. Da brauchen wir wahrscheinlich zwei Leute. Umi, war gerade wieder richtig der Bringer, springt von der Plattform runter. Kann mich mal wiederbeleben? Da fehlt immer noch einer, oder hast du jetzt alle erwischt, Dummi? Ich hab auch angefangen, Roaming-Infee. Nein, ihr habt alle. Wir sind zugegen das Zweikrechts, wie war's? Okay, dann brauchst du mich doch nicht wieder... Lebe, ihr könnt einfach weiter. Na, ecker. Wir sind schon auf dem Weg weiter. Ne, nur du. Kannst ja nicht von wir sprechen, wenn die Mehrheit noch hinter dir ist, ja? Ja, ganz großes Kino. Mach du da. Ja, warum springst du auch, wenn du das siehst? Und warum? Time doch einfach den Sprung. Warum tust du da jedes Mal die Kiste drauf? Time doch einfach den blöden Sprung, dass du da rüberkommst. Ich kann mich nicht weh pust. Ach, scheiß drauf. Spring doch einfach in der Lücke von dem Ding. Save ich euch halt nett. Ne, sollst du auch nett. Du machst nur Dreck und ein Lehm. Ne, aber dort ist noch Luftdruck, also du kommst doch nie rüber. Du wirst weggepustet. Ich bin doch gerade rübergekommen. Ich war da oben schon. Du wirst weggepustet. Ich war da oben schon. Ich bin doch tot. Moment, dann mach ich das jetzt auch noch mal? Ich schaff das. Nein, du legst das jetzt bitte erst wieder. Nein, ich rette euch. Komm, keine Flubberblase. Sonst müssen wir den scheiß Spiegelkram nochmal machen. Ah, Quatsch. Das merkt sich das Spiel. Da kommt keine Blase. Du musst erst reinspringen und pupsen, oder was? Ne, du brauchst wahrscheinlich die anderen. Das ist ja fies. Aber hier kommen Blasen. Ja. Toll, du magst du das Verzweiflungsgeschicht. Dankeschön. Jetzt geht das hier. Ach, Mann. Jetzt bin ich wieder da. Tada, ich bin drüben. Warum falle ich hier eigentlich immer wieder rein, ey? Jetzt kommen wieder keine... Doch, meine kommt jetzt... Gehst du da weg. Gehst du da weg. Wir können zugucken eigentlich. Wer kommt hoch? Wer kommt hoch? Wer kommt hoch? Ich komme hoch! Ja. Nein! Das ist doch nicht fair. Dieses Spiel ist einfach nicht fair. Nur, wenn du es nicht fair machst. Ich bin drüben. Ja, schön für dich. Ich pack dir ein Eis, ey. Ich pack mir auch genau, ich bin nämlich auch drüben. Fuck. Die Banken ist ein Eis ist richtig lecker. Ist okay, ich gehe da einfach weiter. Ich komme schon immer wieder dazu. Wie konntest du jetzt einfach da durchgehen, wenn du nicht drauf springst, kannst du durch Stacheln durchlaufen. Hier oben ist noch was. Hier oben ist noch was. Hier oben ist noch was. Hier ist, hier ist, hier ist, hier ist noch was. Nicht stricken bei den Stacheln. Wir werden mit dem großen und nicht so mini-klein. Ah, warte mal. Weg mit dem scheiß Ding. Da oben ist doch noch irgendwas, oder? Da ist noch so eine Platzung. Wenn man springt, sieht sie aus. Wie wäre es, wenn man ein großes da reinpackst und dann kann man da gucken. Und ja, toll, Domi. Toll. Was machst du? Und warum? Warum machst du es kaputt? Weil du mich einsperrst. Du sperrst sogar selber ein. Und wenn du sie noch aufgehoben hast. Domi hätte nicht den physikbasierten Charakter nehmen dürfen. Das ist schrecklich. Ich stehe jetzt weiter. Wir wollen da ja gar nicht hoch. Ist hier nicht noch wirklich da oben was? Ja, ich hatte das Gefühl, da ist irgendwas. Sorry, das war der Hammer. Dass wir da nicht irgendwie drauf und mal gucken gehen. Irgendwie nicht, wenn du es so hoch machst. Ja, doch, da habe ich immer gegen meinen Kopf. Warte mal. Doch, da ist noch was. Ich habe es gesehen. Moment. Hey. Aber ich komme da halt nicht so hoch. Wir bräuchten halt hier die Klettermeisterin. Hey, jetzt geben wir mal die Klettermeisterin kurz. Was? Geben wir mal die Klettermeisterin. Achso. Danke. Danke. Das ist aber nichts in des Spiels, ne? Was? Doch, das ist eigentlich in des Spiels, das Wechseln. Wenn du im Singleplayer bist, musst du ja ständig wechseln. Ja, im Singleplayer, ja. Aber nicht im... Jetzt kannst du wieder zurück wechseln, oder wirst du jetzt der Krieger bleiben, Felix? Ne. Was macht der hier? Ach, den Spiegel unten. Was macht der Spiegel? Wofür brauchen wir den? Na, na. Oh, das blitzt, ey. Das ist nix für Epileptiker hier. Ah, da ist der Blitz. Äh, der Spiegel. Da ist der Blitz. Ich weiß nicht so wirklich was. Warte mal hier, geht das auch? Ich bin drüben. Na hoch, oben kann ich nicht. Na doch, das geht. Guck mal. Wir können jetzt, jetzt können wir auch rüber springen. Aber da oben ist noch sowas. Vielleicht kannst du noch ein bisschen höher steuern. Ne, kann ich nicht. Höher steuern dir nicht. Er ist so einfach so eingestellt lassen können, wie es war, na? Da wäre der rübergekommen, aber... Ich habe ja schon ein tausendmal gesagt, ich bin drüben. Ich kann sogar nach unten machen. Ich surfe geil. Ja, bloß weil du nach drüben kommst, heißt das noch lange nicht, dass wir nach drüben kommen. Ey, die haben irgendwie jetzt Kacke eingestellt, dann komm ich nicht mehr durch. Wenn ihr den Spiegel so eingestellt hättet, wie ich. Aber ich hab's auch hier oben die ganzen Sachen nicht geholt. Oh, er muss Furtzau. Furtzau, weggerallt. Aber. Bin ich auch ganz nach unten gefallen. Das Gefühl, der Spiegel ist schlecht eingestellt. Ich geh mal kurz zum Checkpoint zurück. Parkes-Ikone hin da hoch. Von welcher Seite. Erstmal einen Hammer werfen, das hilft immer. Wir haben ja zwei Ströme hier. Ja, aber warum? Aber wir kommen ja auch nicht rüber mit dem Spiegel. Genau, du hast unten immer eine Begrenzung, würdest du mit dem Spiegel machen kannst. So kommt mal ein Dicke rüber. Der ist aber auch unten, ne? Ich nicht. Lumi stellt ganz gemütlich um. Ich bin zu fett dafür. Ich komm mit deinem Charakter auch so rüber. Scheiße. Ich hab nur gesagt, ich wäre zu fett dafür, ja. Naja. Du hast gesagt, du bist es. Ich muss selbst nur, dass wir wieder hochkommen. Achso, du musst den Rand von dem Spiegel gehen, ja okay. Ja. Trotzdem müssen wir noch mal sagen, warum willst du auf mich noch draufspringen? Was? Du redest mit Felix, du kommst jetzt da hoch? Ja, guck mal da, haben wir noch eins. Oh, wer hat schon wieder die Spiegel umgestellt? Willst du noch was? Lumi ist noch, links ist noch eins tatsächlich. Übrigens, Lumi, die Sachen können da drauf fliegen, meiner Meinung nach sogar. Wenn du die gut balanciert. Du musst die halt balancieren. Tu mal nochmal so, ne, höher. Hoch, 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 hoch. Ich hab's doch grad geholt. Bei mir wird das noch angezeigt. Ja, da oben links, bei mir ist noch was, gerade mit dem Bildrand. Ah, ich hab das nicht ganz gekriegt, okay. Warte. Die Kamera sagt mir aber was anderes hier. Jetzt. zu zweit geht das nicht weil der spiegel falsch eingestellt ist alles richtig jetzt wo du willst du ihn machen warum und wieso und weshalb und also du wirst du machst das mit dem komischen randsprung das leichteste der warte ist ja so hier leichter bin dann hier durch er springt aber nicht ich bringe halt ruhig du mal bitte den charakter wechseln ich will es jetzt schaffen kann wirklich mal ein fredder nicht kann doch nicht so schwer sein ist absichtlich wie lange hast du für portal gebraucht in zwei nächten durchgespielt ja ja wie lange hast du in zwei nächten durchgemacht oder was jetzt wieder immer hochgesprungen bist und in welchen abend auch wo du morgen geschrieben hast ich hab's noch geschafft guck mal er greift dich an ausgerufen trifft ihn jawohl haben ans gesicht hier oben sind noch sachen aber da habe ich sachen weg gemacht schon da kommen wir jetzt also komme ich nur noch mit dir hin sonst war das glaube ich nicht so schlau ist die ober springen oh gott die arme alte dame ich werde niemals in terraria die portland nutzen ich habe den terraria nicht mal eine portland besessen und von terraria trotzdem super cool ich kann ein monster prüssen machen ich glaube ich habe es jetzt genau einmal den hartmann von terraria gesehen und ich glaube ich habe 170 stunden in dem spiel sagt glaube ich alles aus über terraria oder so wir kommen jetzt hier weiter ich gehe nach hinten und ihr geht mal flicks durch ich habe das geschafft die haben es nicht ruhig ich habe noch mal dagegen geworfen ich würde ja gerne aber da oben ist noch was wird es eigentlich niemand muss ich mich so um den glocken ich wollte jetzt der hinstell dass du gleich hoch springen kannst du hast die geste nicht so zu schätzen bewusst jetzt sind hier noch weiter geht es ja auch noch weiter aber jetzt ist jeder für sich hier hohohohohoho nein hohohohoho nein ja hohohoho nein nein ja das ist ok nein nein ich will nicht wechseln was drehts aber schnell tu die mal zum benni runter ich bin doch oben wo was muss ich das runter machen hier haben wir auch los drüber äh was da hin war das richtig ja war richtig cool deswegen dreht sie immer noch nein nein hilfe ok du musst dir oh da oben ist ja noch was zum einsammeln nein ich komme wieder spiegel ich komme wieder spiegel magst du keine spiegel? dann wirst du so eine frau ja und sollte da was sein ja ja mit hexen top und bescheinlich irgendwelchen rohren die wir verlegen ich habe die geheimnisse gefunden die kommen jetzt da rüber so nice längst bin ich schon wieder um was? niemals? wie kommst du da rauf? würde ich auch niemals töten noch ein sammler gemälde ja ja ich glaube runter springen darf ich nicht ne hm das ist natürlich ein bisschen fies dass du mich dann so einfach hier hängen lässt ich kann mir hier erstmal gehen bevor du die spiegel anfeuerst anfeuerst… achlummii was denn ihr müsst mich gar nicht wieder beleben ich kann mich auch selber wieder beleben das ist ja easy Wenn du damit drosspringst, dann ist der Strahl unterbrochen. Oh fuck, das war ne kacke Idee. Scheißsituation, Ben, ne? Hat gereicht. Oh, Yard. Wer macht das? Oh, warum? Ich hab Lust drauf. Warum? Was hab ich hier geplant? Durch das Spiel kann man ja nicht durchspringen. Ich hab irgendwie Angst, wenn da unten steht, irgendwas zu machen. Warum? Warmes Wasser. Aber wieder ohne Zahnräder. Schönes Ding. So kommen wir einfach nie hier drüber. Kann man nicht irgendwas bauen? Warum springt ihr denn nach hinten, wenn ich auf dem blöden Spiegel stehe? Das ist doch bekloppt. Lumi war fast am Mord aus worden. Ich hab jetzt was selbst umgefasst. Ich hab immer lebt. Hier, nehmt mein Hammershot mal. Ich komm gleich nach. Guck mal, ich nehme mir was zur Sicherheit. Dass wir nicht hier oben gut gehen. Dankeschön. Das ist eigentlich was sinnvolles gewesen. Wenn du mir jetzt nicht den Weg legen würdest die ganze Zeit. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Du mich scheinst ja noch falsch zu drehen. Logisch drehts ist falsch. Ja, du bist die Flubberflaster drüber. Ich hebe die auf, ich bin die Flubberflaster drüber. Ich hebe die auf, ich bin die Flubberflaster drüber. Mach mal das so. Du bist jetzt gestorben? Ja, dann könnt ihr aber weitermachen. Ich hab das ja auch nicht. Bestimmt. Geile Scheiße. Lumi ist instant gestorben. Ja. Schön zum. Schön zum. Oh nein. Ach, schön. War gar nicht so schwer wieder herzukommen. Ähm. Ist halt nur ein bisschen uncool gerade, ne? Du musst einen Turn. Du willst jetzt den Hebel umdrehen, Felix. Hebel. Jetzt Hebel, du Zeit. Mach das Ding. Ich würde ja blocken, wie wärs. Wenn Hebel. Jetzt Hebel. Felix du Hebel, ich blocke. Hebel. Ich hab grad B gedrückt, da hat er nichts gemacht. Heee. Achso. Bennihoff. Jetzt. Ah, guck mal. Aber ist Lumi eigentlich immer noch tot? Ich hab keine Ahnung. Und du nicht wie weit. Warum bist du so kacke? Was? Tadaa. Hey, da lagen noch Sachen, waren wir heute nicht eingesammelt. Weil wir doof sind. Jetzt ist voll schwer dabei, ne? Ich hab's gerade eingesammelt. Ach schief. Das fiel irgendwie aus der Tür. Aber das ist aber schick hier. New is in turn lover. Hier gibt's nochmal was. What? Hallo. Welche letter denn? Oh. Oh, hallo. Mr. Man springt mit dem Deutsch ins Gesicht. Das finde ich eine Unart. Diese, diese aggressiven Verhalten immer. Boah, die springen das nervt. Lumi macht sich ein Zoom. Lumi lässt sich hier noch schön schweben. Und dann setzt es einfach wieder gemütlich ab, damit die eben wieder entgegen kommen. Ne, Lumi macht hier, du schmeißt die raus. Was ist denn dein Problem? Ich hab grad drei Gegner eliminiert. Ich hab das auch nicht. Das ist automatisch angesehen. Nein. Deswegen krieg ich jetzt mal ausnahmsweise Hilfe. Danke schön. Du kriegst die ganze Zeit von mir Hilfe. Ich hab die Luft schon noch nie auf dein Schild. Mein Ass! Mein Ass! Wir brauchen Penny hier oben, Lumi. Du musst mal ne Kiste stellen, damit der da... Du kommst alleine hoch. Ne, ich komm nicht alleine hoch. Aber hier unten übrigens auch noch was unter dem Steg, auf dem wir grad sind. Unten drunter. Ich bin in den Arme. Ich glaub das stirbt man auch, wenn man komplett runter springt. Ja, tut man. Oh, hier drüben nicht. Ne, aber du musst dich wahrscheinlich hier dranhangeln oder so, um da an das Ding zu kommen. That would be my guess. Sehr schön. Papa auch nicht. Der fehlt mir auch. So, kannst du jetzt mal hier bitte eine nette Hilfe hinstellen? Dankeschön. Den hab ich mit dir Terraria gespielt? Mit mir? Nö. Mit mir ist kein Terraria. Hier links oben ist übrigens auch noch was. Über mir. Und was mit Marco? Gehst du morgens? Mit mir war es nicht. Ich hab Terraria nur mit einer Person besetzt, oder mit einer Person eine Aufnahme im Koop gespielt. Und das war was nicht du. Oh, wups. Aber auch nicht so privat, Offscreen oder irgendwie sowas? Nope. Wir haben noch nie, glaub ich, Offscreen gespielt. Wirklich. Außer Rocket League. Auf Rocket League haben wir Offscreen gespielt. Offscreen hast du mit mir gespielt, Benni zum Beispiel. Ja, genau. Und mit Mike. So, das braucht mich jetzt immer noch. Soll ich mal hinter da drüben dagegen hauen? Oh, ich hab hochgeschossen. Verdammt. Jetzt aber. Boom. Das geht nicht. Das ist ja voll gemein. Hui. Hui. Ich könnte da oben noch was holen. Ich komm da nicht hin. Wir müssen da, glaub ich, irgendwie zusammenarbeiten, um da hochzukommen. Wahrscheinlich. Was denn so? Rechts oben ist noch ein Buch. Kannst du da nicht einfach sich rüberspringen? Auf Phoenix können sich rüberspringen. Ja, rechts oben ist ein Buch und eine Kiste und so, glaub ich. Hey, Samheilergedicht. Macht Spaß, da ist irgendwas böses. Das ist nett und so fein. Morgen wird gefeiert. Bin durch. Auch ich schön. Schön. Schön gemacht. Oh, ich bin ja auch tot. Was ist da unten passiert? Ah, da kam ein Spinner. Ich hab das Gedicht mir angeguckt. Sehr schön, Benni. Oh, ich hab wie wo das Gedicht war. Hallo. Wie schön. Wie schön. Das Gedicht. Das Gedicht war wirklich schön. Hier drüben wir auch noch was, aber das habt ihr ja nie gesehen. Wo war noch was? Hinter dem Trampolin. Hinter dem Trampolin? Ja. Kommt man hierher? Das behauptest du jetzt so, ja? Da war eindeutig nix. Ganz eindeutig war da nichts zu finden. Hab ich ja schon aufgesammelt. Hier ist nichts drin. Ja, da war nichts. Naja. Du musst halt auch mal was machen. Wo gibt's denn einigen spielen? Was gibt's denn einigen spielen? Kommt bestimmt Kobold. Wie viele Leuten kann man Rocket League spielen? Rocket League mit bis zu acht Leuten, wenn man gegeneinander spielt. Vier in einem Team und wenn du gegeneinander spielst, bis zu acht. Ups. Ups. Oh, das ist das lange her. Ja. Aber das hat man ja letztens auch mal gesagt. Man könnte auch ein Community Rocket League Ding machen. Mal eine Runde. Ups. Das war... Da oben kommt nur ein Spinn. Ja, guck mal. Ja. Sift spielt das jetzt Dota, naja. Wie hat's denn sich nen Geburtstagswunsch, Sift? Was ist denn jetzt drauf, dass Sift Dota spielt? Was ist mir das grad anzeigt, dass Sift Dota spielt? Ich hab's mir grad anzeigt, dass Sift Dota spielt. Wo spielt Sift Dota? Was soll er denn auch sonst spielen? Schrein? Sims? Siedler? Sims? Sims Siedler. Supreme Commander? Ich würd... Ich muss mir das angucken, was hier passiert bei euch, Mensch. Scheiß passiert hier. Auch wenn der Verrotten das jetzt nicht nochmal hinkrieg, aber ich guck mir das jetzt an, was ihr hier macht. Felix kann ein bisschen cheaten da oben mit dem Holz da. Wenn ich Felix Charakter hätte, wär ich schon fünfmal drüber. Ich sag ja, die müssen wir tauschen. Ach so? Äh, okay. Ähm, top die Werte gilt. Du wärst da wieder ein Bier, oder was? Hallo? Wie schwimme ich denn überhaupt? Du musst eins, zwei, drei drücken auf dem... Die Nummern-Tasten oben drüber direkt. Bin ich jetzt? Bin ich jetzt? Ja, ich bin nur zwei Uhr. Ja, der andere muss halt bestehen. Na wie? Das sah bisschen abärmlich aus, Lena, ne? Das ist schon ganz schön schwierig. Wie du dir zwanghaft dieses Lena angewürzt, eh wolltest du schon wieder Lumi sagen. Niemals! Das ist echt traurig, ich weiß nicht so ganz, was du damit bezwecken willst, aber... Ich nenn halt Leute lieber bei einem echten Namen. Ach so? Als bei einem Fake-Internet-Namen. So, beim zweiten Versuch. Dafür, dass ich die die ganze Zeit noch nicht gespielt hab, ja? So, zack, bin ich auch drüben. Und was war jetzt das Problem? Ich hab keins. Naja, dann kannst du mir wieder meinen Charakter wiedergeben. Oh! Nö, müsstest du schon weiterspielen jetzt. Wer sagt es? Ist doch Felix-Trollen. Ja, ich bin ja direkt beim First-Try-Trollen. Aber ich hab noch keine Planken jetzt zum Beispiel, ne? Ich kann euch jetzt nicht wirklich helfen. Das ist halt mal eben schnell skillen. Ja, mal eben schnell. Lumi kommt hier hoch. Lumi kommt hier hoch. Lumi ist nur einfacher tatsächlich. Du bist tot. Wie du bist. Ja, eben. Vor allem brauch ich dich hier drüben, Felix. Und das schaffen wir uns hier nicht. Wär schon klar. Du musst da unten was reinpappen. Aber ich will Felix jetzt auch anschreien, dass er irgendwelche Kisten drehen muss. Du musst da unten in der Kiste reinpappen. Ja. Dann muss man mal mit passend runter sprengen. Hopp. Aber hier oben ist noch was. Geht uns mal wieder zurück. Ne, ne, alles, alles okay. Bin ich mir auf dem Weg? Bin auch auf dem Weg. Gibt's das? Du bist der Krieger. Ja. Lumi, du kannst hier reinlaufen. Das tut nicht weh. Solange du nicht springst, ist alles okay. Genau. Du musst nur nicht hüpfen. Wenn du hüpfst, dann... Wenn du reinfällst, dann tut's weh in die Stacheln. Sonst... Aua! Genau das tut weh. Oder auch nicht. Guck mal, Spiegel. Wup, wup. Erstmal auf dem... Toll. Blaserreiten. Nö, nö, nö. Moment mal, welchen störe ich denn? Ich störe den rechts, okay. Störe ich mich? Nein, mach ich nicht. Hä, wie soll ich denn? Ey. Du könntest auch so tauschen einfach. Naja, aber du musst ja den, den, den runter wieder irgendwie beheizen. Mach doch deinen, mach doch deinen, den blubber doch schon ne ganze Zeit. Ich, wir kriegen aber nur so hin, ich krieg ja nie anders gedreht. Ihr müsst das Feuer wegmachen, damit die Blubberblasen entstehen können. Dann müsst ihr das Feuer hinmachen, damit die Blubberblasen entstehen können. Nein, die Blubberblasen gibt's doch, guck doch. Der ist schon Feuer, stimmt. Aber du musst hier den, 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 den Dings hinmachen, den Spiegel, damit das Feuer nicht die Blubberblasen zerstört. Felix, du hast den, du hast den Schutzspiegel. Genau, zwischen die, genau. So, jetzt können nämlich die Blubberblasen aufsteigen. War das nicht von Anfang an so? Genau. Ich hatte die Idee, ich flieg nach oben. Bist du dir sicher, dass du nach oben fliegst? Ja. Okay. Ausnahmsweise. Kann ich mir das nächste nehmen. Hops. Ach komm schon, Felix. Müssen wir hier so den Kopfschon-Hüpfel-Spiel machen. Rechts ist übrigens noch was zum holen. Irgendwann so oben auch. Ja. Lumi hat diesen tollen Pfeilagent, ne? Ja. Aber ich hab nichts woran sie sich festhalten können. Ja, das war richtig schlau. Ihr habt nichts woran sie sich festhalten kann gerade. Ich würd sagen, ihr bräuchte eigentlich ne Planke, das wär am einfachsten auf das linke Dingsbums. Ja. Ich komm hier nicht drüber, ich hab hier nichts zum festmachen. Dann muss Benni aber erstmal nach oben kommen und ne Planke kann ich nicht machen, wie oft denn noch. Dann gib mir den, ich kann ne Planke machen. Ja, dann tausch mal, ich kann ne Planke mehr machen. Nein, Lumi, du kriegst den nicht mehr. Wir haben schon getauscht. Bin auf dem Weg. Kannst du schon Planken machen? Ich hab das Spiel schon durchgespielt, schon vergessen? Ach so. Das zählt dann immer noch? Ja. Das ist ja bescheuert. Ja. Rumi. Ich brauch's aber da oben. Ich brauch's aber da oben. Ich bin zu spät. Hüpf. Jetzt hüpf doch. Ich brauch's aber ganz oben. Hier ist doch auch was. Ganz oben. Lass doch erstmal das ganz oben nehmen. Mh. Dann kann ich ja runterfallen, um das Wiko nach links zu kommen. Nein, was machst du denn? Ich, das wird normalisch losgelassen, wenn du drauf springst. Halt die nicht auf. Ja, aber dann greift man sie halt wieder. Sonst hab ich ja auch die ganze Zeit gemacht. Jetzt muss ich wieder gucken. Greif dich gleich auch. Danke. 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 Das ist richtig erotisch. Kleine Straten. Du hast eine komische Vorstellung von Erotik. Das ist eine sehr komische Vorstellung von Erotik. Ja, nehm ich halt einfach hier oben. Toll, Ben. Ich geh zu dem, wie er früh ist. Ah, fuck. Hab ich den blöden Amadeus noch mal wieder tauschen? Ach so, warum ist denn der auch immer blöd? Ich find ihn nur nicht so toll. Ich hab dir noch ein Tauschangebot geschickt. Ich hab dir noch ein Tauschangebot geschickt. Tausch halt mit mir. Naja, dann musst du das, äh, mal aktivieren. Ich hab mich gar nicht geskillt, tatsächlich. Ähm, Lumi, aktivier mal. Ja. Ja. Ich hab jetzt oben alles abgeholt. Wahrscheinlich nicht. Nee. Na nee, aber dann tausch mal mit mir. Wo müssen wir denn was abholen? Ich bin jetzt mit dir tauschen. Ich kann mir blanken machen, du nicht. Du willst mit mir tauschen. Und nicht mit Lumi. Nee. Nee, das stimmt schon so, jetzt so. Nee, du wolltest aber mit mir tauschen. Ich hatte die, äh, die Jägerin. Oh, jetzt geht das Tor auf. Ja, weil ich oben war. Welche Sachen kriegen wir nicht mehr? Links! Ja, nee, und ich. Ist noch nicht durchgelaufen. Wenn wir in einer Tour Kisten spammen mussten. Ja, links hatten wir doch alles. Nein! Du hast das oben alles gar nicht gesehen, was es da alles noch gab. Ich seh grad generell nix mehr. Meine Kamera macht irgendwie komische Sachen. Oh, da bin ich jetzt. Okay. Meine Kamera zeigt mir jetzt so, wird halt nur ein Spinnennitz. Nix mehr. Ja, wir mussten dann nach links laufen, dann geht das. Wir müssen links und rechts laufen, dann kommt die Kamera wieder. Wow. Stimmt, also hier oben ist ja wirklich noch was. Na ja, gut. Sag ich doch. Ja, sag das doch gleich. Ja, willst du zum Gorilla? Ja, aber sowas war. Oh, da war die Blubblase weg. Ups. Heinz. Ich glaub, jetzt haben wir hier oben aber alles. Ich glaub, mehr war hier oben nicht. Bittenstube bist du schon weg bei mir die ganze Zeit. Okay, wir kommen. Ich hab sogar die letzte Blase noch gekriegt. Also wir können. Und rechts oben war auch alles, Felix? Das ist deine Verantwortung. Ja, rechts oben hab ich alles. Okay. Aber können wir gehen. Da oben war jetzt nix mehr? Wo war nix mehr? Eben. Da war Felix, hab ich doch gemeint. Aber rechts oben hat das haben. Die Ruhe. Ich hab keine Vogelscheuche bauen. In Deckel. Sehr schön. Wer bist du? Die explodiert und Leute verwirrt.